Guck mal hier, ich hab ihn endlich, den KI-Supercomputer für den Schreibtisch. Also, zumindest bezeichnet Nvidia, den DJX Spark so. Mein Testgerät kommt von Gigabyte und heißt AI Top Atom. Kostenpunkt 4300 Euro. Naja, das ist ja quasi nichts für so einen richtigen Supercomputer, oder? Wir haben das Ding auf jeden Fall mit der Konkurrenz von AMD verglichen, also der Strix Halo Plattform, die ja in Vollausstattung AMD Ryzen AI Max Plus 395 heißt. Konkret ist das der Framework Desktop. Dabei hatten wir schon mal ein Video gemacht. Beide Rechner haben 128 GB schnellen Speicher. Und ich sag euch, ich fand die Ergebnisse richtig interessant. Und kleiner Spoiler, in vielen Benchmarks ist die AMD Plattform tatsächlich schneller, obwohl die Geräte deutlich günstiger sind als die mit Nvidia Technik. Und ja, meinen Gaming PC haben wir auch damit in den Vergleich genommen. Bleibt dran. Liebe Ergärin, liebe Internet Surfer, herzlich willkommen hier bei... Ja, hier im Video geht's ja um KI-Workstations für lokale KI, aber ihr könnt KI-Modelle natürlich auch in der Cloud nutzen. Ja, großer Vorteil, das funktioniert dann auf jeder Kartoffel, auf der ein Browser läuft. Ja, und da kommt Mammoth aus Frankreich ins Spiel, die sponsern dieses Video. Für nur 10 Euro im Monat bekommt ihr da Zugriff auf Cloth, GPT, Lama, Gemini, Mistral, Grock, Deep Seek, Perplexity, Flux, Nano Banana und Recraft. Alles unter einer Oberfläche und einem Abo. Also einfach prompt eingeben und dann das Modell auswählen und ihr könnt natürlich auch Dokumente und Bilder hochladen. Ja, an der Preis ist echt ziemlich heiß, wenn man bedenkt, dass alleine das ChatGPT Plus Abo über das Doppelte im Monat kostet. Und bei Mammoth kriegt ihr viel mehr dafür. Ja, wenn ihr das interessant findet, schaut mal in die Beschreibung, da findet ihr mehr Infos und einen Link zu Mammoth. Erbung Ende. Also, da ist er nun, der NVIDIA DJX Bark, beziehungsweise in meinem Fall der Gigabyte AI Top Atom. Und das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, das ist ein sehr ungewöhnliches Gerät. Angekündigt von NVIDIA im Januar 2025 als KI-Supercomputer für den Schreibtisch, gibt es das Teil eben nicht nur von NVIDIA im Goldgehäuse, sondern auch leicht modifiziert von Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo und MSI. Und irgendwie gesagt, von Gigabyte, die uns als erstes ein Testgerät geschickt haben. Vielen Dank dafür. Hätte man mich allerdings gefragt, hätte ich vielleicht den Begriff Atom vermieden, weil das ja nun der Markenname von Intels Billigprozessoren ist, die ich eher mit wenig Rechenpower assoziiere. Aber okay, der Gigabyte AI Top Atom kostet auf jeden Fall 4.300 Euro und hat wie alle DJX Bark Varianten zwei wesentliche Besonderheiten. Einmal den NVIDIA Kombiprozessor GB10, GB steht für Grace Blackwell, mit eingebauter NVIDIA GPU als CUDA-kompatiblen KI-Beschleuniger. Und zweitens viel, viel, viel schnellen Speicher, nämlich 128 GB LPDDR5 XRAM. Aber wenn man sich diese Tabelle ja mal anguckt, ist die Geschwindigkeit zwar deutlich schneller als normales DDR5 RAM, aber eben auch bei Weitem nicht so schnell wie das Video RAM auf aktuellen Grafikkarten. Und das sehen wir auch bei unseren Geschwindigkeitsmessungen, aber dazu später mehr. Erstmal nochmal kurz, was die sonst noch so mitbringt, die Hardware. Am auffälligsten ist wohl der ziemlich exotische 200 Gigabit Netzwerkadapter Connect X7, mit dem man mehrere dieser Rechner verkoppeln kann. Aber es gibt auch noch einen normalen RJ45-Port mit 10 Gigabit Ethernet. Ansonsten halt einfach nur einen HDMI 2.1a-Port und vier USB-C-Ports, einer davon für die Stromversorgung. Ja, die läuft tatsächlich über USB-Power-Delivery und das Teil zieht unter Volllast auch maximal nur 216 Watt. Hier seht ihr auch noch unsere anderen Messwerte, die meine Kollegen aus dem Hardware-Resort der CT erbildet haben. Interessant dabei ist, dass der GPU-Teil des GB10-Kombi-Prozessors genauso viele Shader-Einheiten, respektive CUDA-Kerne hat, wie die GPU der Gaming-Grafikkarte RTX 5070, nämlich 6144 Stück, aber die sind bei der DJI Spark anders strukturiert, nämlich für KI-Algorithmen optimiert. Beispielsweise hat die GB10-GPU doppelt so viele Tensor-Kerne wie die 5070, nämlich 384 statt 192, aber weniger Render-Output-Units, 49 statt 80. Kann man also genauso gut eine Grafikkarte nehmen, vor allem wenn da ja, wie gesagt, auch noch viel schnellerer Speicher drin ist? Ja, nee, denn Consumer-Grafikkarten haben zurzeit maximal 32 GB Speicher, die 5070 hat sogar nur 16 und unser Testgerät halt 128 GB. Aber so Geräte mit 128 GB schnellem Unified-Speicher gibt es ja auch noch mit anderen Architekturen, zum Beispiel von Apple oder von AMD. Praktischerweise habe ich direkt so einen AMD Ryzen AI Max Plus 395 da, also die Strix Halo-Plattform und zwar den Framework Desktop. Was tatsächlich ein bisschen lustig ist, Strix Halo sollte ja die Antwort auf NVIDIAs DJI Spark sein, weil da bei der CS im Januar diesen Jahres viele Leute drüber gesprochen haben, war dann aber am Ende tatsächlich deutlich früher im Handel als das, worauf eigentlich reagiert werden sollte. Auf alle Fälle sind vergleichbare Geräte mit AMD-Technik deutlich preisgünstiger. Also den Framework Desktop gibt es mit gleicher Ausstattung wie der DJI Spark, also mit 4 TB SSD, für 2800 Euro, also 1500 Euro günstiger als die NVIDIA-Variante. Von zum Beispiel GMK Tech gibt es sogar einen AI Max Plus 395 mit 128 GB für 1999 Euro. Der hat dann allerdings nur eine 2 TB SSD und ja, dazu kann ich im Moment auch noch nichts sagen, weil ich den noch nicht getestet habe. Aber jetzt wird es auf jeden Fall interessant, wie schneiden die beiden Kontrahenten denn jetzt ab mit so lokalen KI-Anwendungen? Ja, da habe ich nun versucht, den Vergleich so gerecht wie möglich aufzubauen. Also der NVIDIA-Rechner läuft ja mit dem selbstbenannten NVIDIA-DGX OS, das ist aber eigentlich nur ein Ubuntu-Linux mit einem angepassten Kernel. Und zwar ist der Kernel auch noch alt. Der hat Version 6.11, das Ding ist über ein Jahr alt, aktuell ist 6.17. Naja, aber dieses DGX OS ist eben das offiziell empfohlene Betriebssystem für DGX Spark Computer. Deshalb nehmen wir das natürlich. Bei dem Framework Desktop hier nennt Framework zwei offiziell unterstützte Linux-Varianten, einmal Fedora und einmal Bezite. Bezite ist ja eher so Gaming-orientiert, deshalb habe ich einfach Fedora Workstation 43 installiert. Bei meinem Vergleichs-Gaming-PC läuft CacheOS. Ja, und der erste Benchmark war natürlich LLM-Abzapfen, a.k.a. Inferenz. Da habe ich auf allen Rechnern LLM-Studio in der aktuellen Version 0.3.31 verwendet. Als Runtime natürlich CUDA für NVIDIA und Vulkan für das AMD-System. Rock M kann LLM-Studio eigentlich auch, aber das lief bei uns nicht. Und ramtamtamtam, hier sind die Ergebnisse. Ja, ich würde sagen, das nimmt sich nicht viel. Beziehungsweise bei dem wichtigen Modell GPT-OSS 120B ist der günstigere AMD-Rechner sogar 11% schneller. Generell kann man auf jeden Fall sagen, wenn ihr nur LLM-Inferenz machen wollt, könnt ihr gut das AMD-Modell nehmen. Fernab von den Vergleichen, es ist auf jeden Fall beeindruckend, mit GPT-OSS ein 63 GB großes Modell mit 120 Milliarden Parametern mit fast 50 Token die Sekunde laufen zu lassen, auf so einem kleinen Ding. Das ist tatsächlich besonders. Allerdings gibt es auch nicht so viele Open Rates-Modelle, die so groß sind. Und da kommt jetzt mein Gaming-PC mit RTX 4090 ins Spiel. Guck mal hier. Der ist mit den meisten von mir getesteten aktuell populären Sprachmodellen ungefähr dreimal so schnell. Weil die halt klein sind und in den 24 GB großen Speicher meiner 4090 passen. Nur halt GPT-OSS 120B nicht, das muss ich in meinen langsamen normalen DDR5-Arbeitsspeicher auslagern. Und deshalb schaffe ich damit dann nur 16,9 Token. So, jetzt sind mir aber noch andere interessante Unterschiede aufgefallen. So lädt GPT-OSS 120B bei der Nvidia-Kiste viel länger, nämlich anderthalb Minuten. Gleichzeitig friert auch der Bildschirm jedes Mal für ein paar Sekunden ein. Also ich kann auch die Maus einige Sekunden lang nicht bewegen. Mit den anderen beiden Rechnern lädt das Modell deutlich schneller, in weniger als 20 Sekunden. So, aber wir können ja jetzt auch RAG machen, also eigene Dateien mit dem Sprachmodell analysieren. Ich habe hier mal das Programm des sogenannten Entdeckertags der Region Hannover reingeschmissen und dann Fragen dazu gestellt. Damit übrigens das ganze PDF in den Kontext passt, muss man das Kontextfenster manuell hochziehen, auf mindestens 20.000 Token. Ja, und das Ding ist jetzt, dass die Nvidia-Workstation nur 14 Sekunden braucht, um das alles zu verarbeiten. Die AMD-Konkurrenz braucht fast 4 Minuten und mein Gaming-PC 46 Sekunden. Also, der Teufel, der steckt bei solchen Sachen wirklich im Detail, müsst ihr wirklich überlegen, was ihr machen wollt, was da die richtige Hardware für euch ist. Übrigens habe ich auch alles mal testweise mit OLAMA gemessen und da kann ich euch sagen, LLM-Studio ist auf allen drei Systemen immer schneller gewesen. Hier die Zahlen dazu. Ja, aber man will ja vielleicht mit so einer Workstation nicht nur LLMs anzapfen, sondern vielleicht auch Bilder, Videos oder Musik generieren. Und das machen inzwischen viele Leute mit ConfUI, das ist so eine Node-basierte Gen-AI-Umgebung und ja, die lässt sich bei Nvidia wunderbar einfach installieren. Es gibt da nämlich sogenannte Playbooks und das sind so ganz so recht übersichtlich gemachte Tutorials, wie man bestimmte Dinge zum Laufen bringt. Ja, und da gibt es ziemlich viele dieser Playbooks von Nvidia, also auch für so Feintuning-Sachen, zum Beispiel Anbindungen in VS Code und natürlich wie gesagt auch ConfUI. Das Playbook sagt, die Installation dauert 45 Minuten, das ist aber wirklich sehr pessimistisch, das hat in meinem Fall nicht mal 15 Minuten gedauert. Auf dem Framework-Desktop sah die Sache dann schon wirklich anders aus. Da habe ich mich leider stundenlang festgefrickelt, weil ich es lange nicht hinbekommen habe, dass ConfUI meine RockM-Installation akzeptiert. Ja, und da merkt man dann halt deutlich, dass viele Sachen eben mit Nvidia CUDA im Kopf entwickelt wurden. Also RockM ist quasi die AMD-Variante von CUDA, aber eben ein bisschen weniger populär. Ja, und am Ende habe ich es hinbekommen, aber mein Benchmark hier, das ist einfach das Bildgenerierungsmodell FluxDev FP8. Da habe ich einfach das Standard-Template mit einem eigenen Prompt genommen. Ja, und da braucht das Generieren eines 1024x1024 Pixel großen Bildes mit dem Nvidia DJI Spark System 38 Sekunden, bei dem AMD System 89 Sekunden, also mehr als doppelt so lange. Mein Gaming-PC mit RTX 4090 schafft es in 12 Sekunden. Wenn ihr jetzt aufgepasst habt, dann habt ihr vielleicht gemerkt, dass es eine einzige Sache gab bislang, die mein Gaming-PC nicht deutlich besser gemacht hat, als die beiden speziellen KI-PCs. Und das ist tatsächlich das Abzapfen des einen großen LLMs GPT OSS 120B, weil das eben nicht in die 24 GB Speicher meiner RTX 4090 passt. Aber der ganze andere Kram eben schon, also gerade diese Bild-Videogenerierungssachen, die sind halt auf kleinere RAM-Größen ausgelegt. Okay, ja gut, man könnte natürlich von den offenen Sprachmodellen statt mit 4-Bit quantisierte Modelle irgendwie, keine Ahnung, 8-Bit quantisierte Modelle nutzen. Die würden auch nicht in den Speicher meiner Grafikkarte passen und natürlich schon in die AMD Workstation, in die Nvidia Workstation. Das würde schon gehen, aber ob das so viel bringt, ist die Frage. Aber generell kann man auf jeden Fall sagen, es fehlen die KI-Killer-Applikationen für diese Speichergröße, weil dann am Ende 128 GB dann doch zu wenig sind, um zum Beispiel sowas wie DeepSeek zu laden, was also wirklich ein ernsthafter Wettbewerber zu den großen kommerziellen Cloud-Modellen ist. Aber das braucht halt einfach mindestens das Fünffache an Speicher. Und deshalb muss man sagen, dass die KI-Workstations wirklich für Ottilie-Normal-KI-Anwender wahrscheinlich nicht sind. Und dass am Ende die Nützlichkeit sehr, 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 sehr spezifisch ist. Also zum Beispiel, das ist für Leute, die irgendwelche KI-Software in Rechenzentren deployen wollen und die vorher auf der gleichen Architektur testen wollen. Also ein ganz spezielles Entwicklergerät für die Nvidia-Server-Plattform DGX. Wenn ich mir jetzt aber angucke, wie viele Hersteller diese sehr, sehr speziellen Rechner verkaufen, dann denke ich schon, da scheint der KI-Hype dann doch schon mit reinzuspielen. Denn gibt es wirklich so viele Entwickler, die einen so speziellen Rechner brauchen? Weiß nicht. Beim Framework ist es ja so, dass der Rechner primär als Gaming-PC vermarktet wird. Also zumindest steht hier auf der Website Gaming noch vor KI und auch die Produktfotos, die sehen mir sehr nach Gaming aus. Aber auch hier ist es so, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, wenn man damit nur spielen will, ziemlich schlecht. Ja, also, wenn jemand von euch da draußen mit diesen Geräten liebäugelt, ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen geholfen, das Thema besser einzuschätzen. Ich jedenfalls, der sehr gerne mit lokalen KI-Sachen herum experimentiert. Ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass ich mit meinem PC mit RTX 4090 und 128 GB langsam DDR5 RAM als Backup-Notlösungsspeicher Stand heute mehr anfangen kann, als mit diesen beiden spezialisierten Geräten. Aber ich bin auch kein Entwickler, der irgendwelche Modelle feintunt, bisher jedenfalls nicht, oder Anwendungen für DJX-Systeme baut. Ja, wie seht ihr das, bin ich da total auf der falschen Spur. Gerne in die Kommentare schreiben und tschüss.